So, jetzt haben wir wieder da für euch, heute sind wir wieder hier in unserer Schauküche, in unserem ultra freshen Format. Ich wollte immer schon mal eine eigene Pizza machen. Ja, und dafür brauchen wir natürlich erstmal einen Teig. Wir haben hier Pizza-Teig-Rezepte. Der Manuel ist verletzt. Ich kann halt gar nicht so viel machen. Darunter ist eine fette Fleischwunde. Impresario. Und ihr seht schon, ich reich mir schon die Hände. Also, das ist unser Rezept. Ich mache die Low-Budget-Sachen, die nicht so aufwendigen Dinge. Und da passt die Zeug für uns, wie man kocht. Ich habe einen echten Showkoch aus dem Oberland zum Bruder. Und ja. Wir haben uns natürlich vorher die Hände gewaschen. Ich muss es einfach beharrten jetzt nicht, weil wir haben nach dem letzten Video mit Wurstsalat rüffelt direkt über, dass wir das Küchenknicken einfach nicht einkommen. Nein, ich habe mir die Hände gewaschen und habe dazwischen immer ein bisschen Nasen bohrt. Wir brachen 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Mehl 550. Und 500, äh, und... PUSHIMA! Das ist auch weiß. Zwar gut, das ist ja tatsächlich offensichtlich das erste Video, wo die Korkkappel oder keinen Hut erfolgt. Nicht erst... Nicht erst... ...125 bin, sondern schon 25 kann Haar aus Haaren. Na, du stehst halt auf sowas. Wie gleichfarbene Badekappe. Fünf, sechs Personen, da brauchst du schon Kilo Mehl. Deswegen zu viel. Zehn Esslöffel Olivenöl, kannst du das machen? Habe ich mit meinen eigenen Füßen getreten und entsaftet die Oliven. Zehn Esslöffel bitte. Und was rein muss, ist Trockenhefe. Es gibt keine andere Backhefe mehr, weil Backhefe ist offensichtlich das neue Kloberbeer. Ich glaube, wir können uns einfach kurz mal erzählen. Es war damals so. Der Manuel, der hier neben mir, der schöne Mann, hat damals eine Flaschen Öl bei mir hier in der Küche runterfallen lassen. Er hat öfter mal mit Öl experimentiert, was durchaus keinen erotischen Hintergrund gehabt hat. Da waren die blanken Wände mit so einer Tapete, da war alles voller Öl. Hier ist dieses Trockenhefe-Zeich. Wie mal Daumen machen, ich habe keine Ahnung. Mach einfach mal. Ja, und wir haben inzwischen schon lustige Nachrichten gekriegt, dass manche Leute Kornwurst zu laut mehr machen können, ohne das SOS-Prinzip. Und jetzt brauchen wir noch 500 Milliliter Wasser, lauwarm. Ihr könnt jederzeit Kommentare schicken, ihr könnt uns eine geile Ratschläge geben, ist uns aber meistens echt scheißegal. Hasskommentarien. Die Feedback zum Thema, die Wurst ist zu dick oder sowas. Das ist ganz legerio. Aber es ist geil, wenn ihr Teil davon seid. Du kannst das Wasser nicht schicken. Dann kannst du das Teamwork. Wir müssen flott machen, weil wir machen ja nicht nur Teigs, sondern wir wollen ja Pizza machen. Und zwar auf ganz spezielle Art und Weise. So, und wenn das Rührgerät dann irgendwann so hart kämpft, dass es wirklich gar nicht mehr durchkommt, dann muss man das eigentlich rausschütten und muss das mit den Händen nochmal so richtig durchnehmen. So richtig durchknielen. Ich knies gern von hinten durch. Also hat jeder seine Vorlieben und seine Tricks. Na Alter, haben wir letztes Mal gesagt, Hefeteig auf gar keinen Fall probieren. Okay, Alter. Richtig cool. Ja, lang mal auf. Big Star. Kann man die Frust auszulassen. Dann kommt man mit so einem Teig nochmal so richtig so auf. BOOM! Dann kann man so richtig... Lass dir weg! Ey, passt! Ja, ich glaub, man muss das sogar machen. Wir kochen nur für uns. Also müsst ihr ja wissen. Wir kochen nur für uns. Und wir mengen das, wenn es ein bisschen saizig ist noch von vorher. Wir lassen keinen mitessen, der uns verklagen kann oder so. Wir verkaufen das natürlich auch nicht. Ihr dürft euch auf gar keinen Fall in puncto Küchentrick oder wie immer man das nennt an unser Beispiel nehmen. Dann haben wir den zurück in die Schüssel. Lassen wir ihn gehen. Und treffen wir uns dann unten an unserem geilen Pizza-Grill. Okay, gut. Unser Basti, der hat diesen geilen Grill hier. Und hat sich irgendwann mal eingebildet, er will dafür einen Pizzastein. Beim ersten Mal damals war das ein wirkliches Fiasko. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber mittlerweile hat er sich spezialisiert. Es war echt ein Desaster. Und mittlerweile ist es geiler wie bei jedem echten Italiener. Wisst ihr, was ein echter Italiener ist? Wenn draußen beim Restaurant oder bei der Eisdiele so ein geiler Aufkleber steht, echteritaliener.de. Das sind wir leider nicht. Wir machen Pizza mit dem Grill und das Pro in Italien. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe niemanden, oder? Das hier ist italienischer als Italien selber. Und ich hätte gern italienische Freunde. Also sollt jemand zuschauen, der italienische Wurzeln hat. Treffen wir uns einmal. Auf einen feinen Cappuccino? Nein, du bist mein Bro. Aber ich hätte trotzdem gern italienische Freunde. Da müssen wir nachher tatsächlich Holz auf diese Kohlen auf tun. Bis zu 350 Grad. Eigentlich fast bis 400 Grad teilweise haben. Dass die Pizza richtig geil ist. Das ist genau das, was ich falsch gemacht habe am Anfang. Und zwar, ich habe einfach den Deckel direkt aufgemacht, den Pizzastein an euch. Da gibt es maximal so 150, 200 Grad. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man immer am besten von seinem Bier trinkt. Das ist der Pizzastein. Und hier sieht man Käse, Champignons, Schinken. Und deswegen drehen wir erstmal so rum. Ansonsten riefst du mir ein Glas rein. So ist es aber. Und zwar haben wir mir heute versucht, 24 Videos gleichzeitig zu machen. Dieses kleine Ding hier ist voll wichtig, damit es nicht hinten rausflutscht. Komm mal richtig ran hier. Komm mal ran hier. Machen wir Butter bei den Fisch. Siehst du? Da. Hier weiter konnte der Steine die Rutsche. Wir haben wieder unseren Kameramann Jane Ausch am Start. Wir schneiden es kurz mit rein. Von der Kamera, der Jane Ausch ist mit am Start voll gerne. Es ist voll wichtig, dass er dabei ist. Wie beim letzten Mal. Der macht irgendwann die Pizzastein. Natürlich macht er die Pizzastein. Da ist mir vor. Spizzin. Okay. Richtig krank. Ja. Hier haben wir unseren geilen Teig von vorher. Schau, das ist ein Vanillpudding, der unser einzig. Die Mädels haben schon wundervoll Zutaten. Hier eigentlich. Peperoni, Mais, Schamponping. Mit guten Schinken. Geil. Ich mag auch gerne das. Ich wüsste vom Wurstsalat schon wie ein Naschen. Furchtbar gern. Oliven. Auch richtig armes Oliven. Gerne. Wir haben uns natürlich nicht die Hände gewaschen. Ganz gern. Ich sage immer, das macht den Geschmack. Das ist wie Kalk im Leitungswasser. Kalk macht den Geschmack. Ich war vorher noch ein bisschen. Das ist bei euch in Amsberg. Geil. Schön saltig. Da gibt es nichts anderes als nur noch mal ein gräbigen Brösterchen drauf. Was denn? Wir haben tatsächlich letztens mal einen Kommentar gekriegt. Da hat jemand gesagt, Merci, danke euch, dass ihr bei eurem Lagerfeuermachen-Video so viel Bier trinkt habt. Seine Frau Meit hat immer gesagt, also die meckert immer, dass er jetzt viel Bier trinkt, während er macht so Grillvideos. Das ist so ein Typ. Keine Ahnung. Kennen wir nicht? Ach so, der macht Grillvideos. Ich hab mir immer gedacht, er schmust mit seiner Frau und trinkt nebenbei Bier. Und hat das da die auch kacke bin. Also hat er wieder so Lagerfeuer abgetragen. Nein, 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 nein. Ich zeige dir das jetzt mal kurz vor. Wir werden jetzt das weg. Das ist so ein Muskelmann. Peu a peu, es ist Buche und es ist Birke, also es muss Hartholz sein. Was ist Hartholz? Der Manuel hat in der Früh Weichholz und ich hab ein Hartholz hinterführt. Das ist der Unterschied. Das war's. Im guten Fall habe ich noch zwei Jahre zum Leben. Genau. Toll. Dann müssen wir ihn schicken mit Videos. Obwohl das für dich ja gar nicht so schlimm ist, weil du bist ja dann tot, aber ich stehe dann blöd da mit meiner Trommel. Das ist das Problem, nämlich eigentlich. Was früher schießt gar nicht. Ich hab vorher schon erzählt, der Decke war zu und dann wird das nicht so richtig heiß. Und das ist hier geil, weil hier ist vorne das Offen echter Italiner. Echter Italiner. Echter Italiner. Das haben wir schon bei stramme 250 Euro, obwohl das Feuer noch gar nicht so lodert. 4 Filme auf die 250. Was hab ich gesagt? Euro. Und wie viel brauchen wir? 400. 350 Euro. 350 Grad brauchen wir. Bro, der hat so viel Geld, der denkt immer nur an Money Money. Das sind total viele Käfer hier. Macht aber nichts. Das ist ein Protein. Das ist halt Survival. Das ist, wenn man Auto abhängt. Das sollen jetzt 5 Pizzen werden. Ach, das werden nicht. Das werden mehr Pizzen. Echt? Also der Tricks. Da ist er wieder. Der oranische Trick dabei. Der Trick. Ist, dass wir kleine Pizzen machen. Weil einfach auf diesen Pizzaschaufeln und auf dem Pizzasteiner große Pizza relativ schwierig zu handeln ist. Okay. Okay, du weißt schon, die echten Italiner machen das irgendwie so? Ja genau. Das geht aber nicht. Das kann ich nicht, weil ich bin schon echter Italiner. Ja, da haben wir es schon. Aber wir können uns ja auch für diesen Blog jetzt unten so einen echten Italiner.de einblenden. Ihr seid wichtig, dass man so das Kalkül findet zwischen Wem winkst denn du? Wem winkst du denn? Wem winkst du denn? Er hat mich kratzt. Da hat meine Oma übrigens immer gesagt, nicht kratzen, waschen. Oh, schau dir. Das ist geil. Das ist ein lustiges Aroma. Das ist wirklich voll der gute Teig, aber das ist leider nicht so richtig rot geworden. Das ist auch geil. Völle Leute denken immer, wir Musiker haben kein Geld. Aber ich sage immer, wenn du dir dieses Anwesen ausschaust, dann warst du... Du hast eine Band, so eine Loft, was? Und dann warst du hier Hektar ohne Ende. Und wenn du gerade zuschaust und eine weibliche Person bist, das alles könnte dir gehören. In den Händen, wo ich bin, da ist jemand sicherlich... Das ist aber nett von dir, dass du das sagst. Okay. Oh, jetzt haben wir richtig Hitze hier drin. Jetzt hier richtig Wallung. Richtig Wallung. 400 Grad, das darf eigentlich fast zu heiß sein. So ein bisschen Mehl und dann... Zack! Und dann auf die gemelte Pizza, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Schaufel? Hier, mein Arsch brennt voll. Pizzaschieber. Ja, Schieber. Pizzaschieber. Und jetzt kommt diese geile Tomaten, das ist natürlich ein special Rezept. Machen wir so basic, ein bisschen Schinken. Kommt da hoch, wenn ich... Keine Ahnung, das ist zum Probieren. Die erste ist immer so die Probierpizza. Das macht man ganz gerne mal falsch. Man darf eigentlich nur mal zwei zusatmen. Also machen wir mal Mais und Schinken. Ein bisschen Käse. Und nice. Und spicy. Okay, dann stieren wir es mal. Okay. Siehst du das? Richtig geil. Wie beim echten Italiener. So, wir müssen einfach diesen 350 Grad Moment abwarten. Au. Boah. 400 Grad ist echt was. Lecker. Ich hab was. Dann reißen wir diese Pizza mal auseinander. Und ich übersege mal komplett, dass die unten ein bisschen gut dunkel war. Richtig geil. 370 oder so. Okay, jetzt soll es eigentlich perfekt laufen. So, jetzt haben wir die ganzen Oliven runter geschmissen von der Pizza. Wollt ihr auch? Probierst du das? Der Manuel hat offensichtlich Angst vor dem Pizza probieren, deswegen hampelt er da hinten mit dem Skateboard dran. Das ist das Schöne, wenn man mit Manuel was macht, dann hat man einfach Unterstützung. Das bisschen was der Basti kann, das lernt er auch. Und er hat irgendwann gesagt, ich mach es selber. Bevor du das machst, mach ich selber. Ich muss es so weit wie möglich außen healing, damit es hinten sauber rum brennt. So wie bei Manuel öfter. Es muss hinten rum richtig ausbrennen. Ha. Das hab ich gemacht. Voll geil, oder? Humba, Humba, Humba. Auf gute Freunde... Ja, auf alte Zeugen. Ihr wisst wieder Bescheid wie der hier... schön Mehl... ganz wichtig hier... Da wird geteert und gefiedert. Richtig geil. Da sieht man richtig, wie die hoch geht. Und dann warten wir einfach diesen kleinen Moment. Und dann wird diese Pizza richtig geil. Schmeckt somatig. Ich finde das Schinken schmeckt schinkig. In diesem Sinne, müssen wir abpassen, vielleicht den letzten Schluck. Das war, ich wollte schon immer eine geile Pizza machen. Wie beim Echthlokdalena, beziehungsweise noch Filters. And here we go. Wir beobachten hier einen Sebastian Schierlinger. Das ist echt ein behind the scenes footage. Hier sieht man den Wutanfall, da klebt der Käse. Und da ist die Pizza. Die Pizza hat doch auch Gefühle und jetzt liegt es da einfach. In seiner natürlichen Umgebung. Die Pizza ist geil. Das war, ich wollte schon immer eine geile Pizza grillen. Die Pizza ist geil. Die Pizza sind geil. Die Pizza zu ''Lazow'n'' Man, du schneidst mich da nicht rein. Ich kann dich verklagen. Die Anzeige ist raus. Okay, wir haben ja nichts. Eine Million ist einfach...